Während BlackRock Bitcoin kauft, warnt Hillary Clinton vor Destabilisierung. Die Ironie könnte kaum größer sein. Während BlackRock, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, zunehmend in Bitcoin investiert, warnt die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton die Massen davor, dass Bitcoin Länder destabilisieren könnte. Clinton behauptet, dass die Kryptowährung das Potenzial habe, nationale Währungen zu untergraben, die Rolle des US-Dollars als Reservewährung zu schwächen und sogar Nationen zu destabilisieren. Angefangen bei kleineren Ländern bis hin zu größeren. Und dann gibt es noch einen weiteren Bereich, dem ich hoffe, dass Nationalstaaten mehr Aufmerksamkeit schenken, nämlich dem Aufstieg der Kryptowährungen. Denn was wie ein sehr interessantes und etwas exotisches Unterfangen aussieht, bei dem buchstäblich neue Münzen geschürft werden, um mit ihnen zu handeln, hat das Potenzial, Währungen zu untergraben, die Rolle des Dollars als Reservewährung zu schwächen, Nationen zu destabilisieren, vielleicht beginnend mit kleinen, aber dann auch viel größeren. Wenn wir also an diese neue Umgebung denken, in der wir uns befinden und über die wir in den letzten Minuten gesprochen haben, können wir nicht nur an Nationalstaaten denken. Doch während sie den warnenden Finger hebt, scheint sie die wahren Ursachen für die derzeitige wirtschaftliche Instabilität zu übersehen. Das unlimitierte Drucken von Geld durch Zentralbanken weltweit hat zu einer beispiellosen Inflation geführt. Die Märkte werden mit billigem Geld überschwemmt, was die Kaufkraft der Menschen mindert und die Preise für Waren und Dienstleistungen in die Höhe treibt. Und diejenigen, die ohnehin schon wenig haben, werden dadurch noch ärmer. Vermögenswerte wie Immobilien und Aktien und natürlich auch Bitcoin steigen im Wert, während Löhne stagnieren und die Lebenshaltungskosten explodieren. Doch anstatt diese realen Probleme anzusprechen, richtet Clinton ihren Blick auf Bitcoin. Sie sieht in der Kryptowährung eine Bedrohung für die finanzielle Stabilität, während sie die massiven Auswirkungen der eigenen Geldpolitik ignoriert. Es wirkt also fast so, als wolle sie von den Fehlern des traditionellen Finanzsystems ablenken, indem sie eine Alternative bzw. die Alternative verteufelt, die gerade aufgrund dieser Fehler an Popularität gewinnt. Und BlackRock und andere institutionelle Investoren erkennen derweil das Potenzial von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel und Absicherung gegen die Inflation. BlackRock warnt sogar die Menschen davor, dass Bitcoin die Rettung in unsicheren Zeiten sein könnte und empfiehlt sogar 85% des Vermögens in Bitcoin zu investieren. Und das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht von BlackRock hervor. Sie verstehen, dass in einer Welt, in der Geld nach Belieben gedruckt wird, eine begrenzte Ressource wie Bitcoin an Attraktivität gewinnt. Die feste Obergrenze von 21 Millionen Bitcoin, von denen über 19,5 Millionen Bitcoin bereits geschürft wurden und von denen ungefähr 4 bis 5 Millionen Bitcoin bereits verloren gegangen sind, also unwiderruflich verloren gegangen sind, plus es werden nur noch 1,5 Millionen Bitcoin ungefähr geschürft. Diese feste Obergrenze von 21 Millionen Bitcoin schafft Vertrauen und Vorhersehbarkeit. Etwas, das bei Fiat-Währungen wie dem Euro oder dem Dollar zunehmend immer mehr und mehr fehlt und auch immer gefehlt hat. Daher wirkt die Warnung vor einer Destabilisierung durch Bitcoin eher heuchlerisch. Denn die wahre Destabilisierung kommt von einem Fiat-System, das auf Schulden und endloser Geldschöpfung basiert. Wenn Zentralbanken die Druckerpresse anwerfen, um kurzfristige Probleme zu kaschieren, sehen sie die Samen für langfristige Krisen, was wir ja immer wieder und wieder gesehen haben. Die Inflation frisst die Ersparnisse der Menschen auf, Altersvorsorge werden entwertet und soziale Spannungen nehmen immer mehr und mehr zu. Und Clinton scheint zu vergessen, dass Kryptowährungen nicht ohne einen bestimmten Grund entstanden sind, beziehungsweise nicht aus dem Nichts entstanden sind. Sie sind eine Reaktion, beziehungsweise Bitcoin ist eine Reaktion auf die Vertrauenskrise in traditionelle Finanzinstitutionen. Nach der Finanzkrise von 2008 haben viele Menschen das Vertrauen in Banken und Regierungen verloren. Bitcoin bot eine Alternative, dezentralisiert, transparent und unabhängig von politischen Entscheidungsträgern. Und anstatt diese Entwicklung als Chance zu sehen, klammert sich Hillary Clinton an alte Strukturen. Sie möchte nämlich den Einfluss der USA und des Dollars erhalten, ohne zu erkennen, dass genau diese Haltung die Probleme verschärft. Fakt ist eines, die Welt verändert sich und wer sich nicht anpasst, wird abgehängt. Die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten ist nicht das Ergebnis von Bitcoin, sondern von Politikern, die kurzfristig denken und langfristige Konsequenzen ignorieren. Das endlose Drucken von Geld mag kurzfristig die Märkte beruhigen, führt aber letztlich zu Vertrauensverlust und wirtschaftlicher Instabilität. Es ist auch bemerkenswert, dass Clinton die möglichen Vorteile von Kryptowährungen, beziehungsweise Bitcoin völlig außer Acht lässt. In vielen Teilen der Welt haben Menschen keinen Zugang zu Banken, aber zu mobilen Endgeräten. Bitcoin und Kryptowährungen könnten hier finanzielle Inklusion ermöglichen und Menschen aus der Armut helfen. Doch anstatt diese Möglichkeiten zu erkunden, wird pauschal gewarnt und verteufelt. Die Haltung von Hillary Clinton spiegelt eine Angst vor Kontrollverlust wider, was wir bei vielen aktuellen Politikern und nicht gewählten Personen sehen können. Kryptowährungen entziehen sich der staatlichen Kontrolle und geben den Menschen die finanzielle Souveränität zurück, insbesondere hier Bitcoin. Und für Politiker, die an Machtstrukturen festhalten, mag das bedrohlich wirken, wird auf Angstmacherei gesetzt. Und währenddessen handeln Unternehmen wie MicroStrategy, BlackRock pragmatisch. Sie erkennen die Zeichen der Zeit und investieren in Technologien und Vermögenswerte, die zukunftsfähig sind. Sie verstehen, dass Diversifizierung und Anpassung entscheidend sind, um langfristig erfolgreich zu sein. Daher sollte die eigentliche Frage also nicht sein, ob Bitcoin Länder destabilisieren könnte, sondern warum so viele Menschen das Vertrauen in traditionelle Währungen und auch Institutionen verloren haben. Und die Antworten liegen auf der Hand. Unkontrollierte Geldpolitik, wachsende Ungleichheit, fehlende Transparenz und politische Kurzsichten. Es ist also einer Zeit, sich den Waren Herausforderungen zu stellen. Anstatt neue Technologien zu verteufeln, sollten wir überlegen, wie sie zum Wohl aller eingesetzt werden können. Und Bitcoin und Kryptowährungen bieten Chancen für Innovation, Effizienz und finanzielle Freiheit. Und wenn du dich dafür interessierst, dir durch Krypto finanzielle Freiheit aufzubauen, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Lerne Krypto, lerne Bitcoin für dich und deine Zukunft. Erfahre, in welche Kryptowährungen ich investiere. Klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Schau dir das Video an. Es ist nur noch für kurze Zeit so verfügbar. Fakt ist, die Welt steht an einem Wendepunkt. Entweder wir lernen aus den Fehlern der Vergangenheit und gestalten aktiv die Zukunft. Oder wir klammern uns an überholte Modelle und werden von der Entwicklung überholt. Und die Armut wird weiter und weiter zunehmen. Die Ungleichheit wird weiter zunehmen und so weiter. Hillary Clintons Warnungen klingen also in diesem Kontext, wie der verzweifelte Ruf nach der Bewahrung eines Systems vielen Menschen längst nicht mehr dient und sie in die Armut drängt. Während also BlackRock und andere Investoren die Möglichkeiten von Bitcoin nutzen, sollten Politiker wie Clinton ihre Energie darauf verwenden, die wahren Ursachen der Instabilität und Verarmung anzugehen. Wenn sie es wirklich wollen würden, dann würden sie es auch tun. Es bedarf im Grunde genommen einer ehrlichen Auseinandersetzung mit der Geldpolitik, der Rolle der Zentralbanken und der Notwendigkeit von Reformen. In der Tat sollten wir einen kritischen Blick auf das werfen, was das Fiat-Geldsystem uns eingebrockt hat. Die endlose Geldschöpfung aus dem Nichts hat zu einem wirtschaftlichen Schlamassel geführt, der nun immer mehr und mehr sichtbar wird. Fiat-Währungen funktionieren nicht in einer digitalen Welt, in der Transparenz und Dezentralisierung immer wichtiger und wichtiger werden. Das Problem begann, als Kredite freigegeben wurden, ohne dass sie durch reale Werte gedeckt waren. Es wurde mehr Kredit geschaffen, mehr Geld aus dem Nichts geschaffen, als Geld vorhanden war, obwohl das Fiat-Geldsystem ursprünglich durch Gold gedeckt sein sollte. Und dieses ungedeckte Drucken von Geld hat die wirtschaftliche Stabilität untergraben und das Vertrauen der Menschen in traditionelle Währungen erschüttert. Und Bitcoin und die anderen Kryptowährungen sind nur die natürliche Evolution des Geldes. Sie bieten eine Alternative zu einem maroden Finanzsystem, das auf Schulden und unbegrenzter Geldschöpfung basiert. Insbesondere Bitcoin bietet hier die Alternative, worauf BlackRock auch immer mehr und mehr hinweist. Mit seiner dezentralen Struktur und begrenzten Verfügbarkeit adressiert es genau die Probleme, die das Fiat-Geld verursacht hat. Und in einer Zeit, in der digitale Technologien unser Leben dominieren, ist es nur logisch, dass auch das Geldwesen sich weiterentwickelt. Und Bitcoin wird die Gesellschaft, wird das Finanzsystem verändern. Genauso wie es das Internet auch getan haben, doch viele Menschen sehen das gerade nicht. Und deshalb findet auch ein leiser Vermögenstransfer im Hintergrund statt. Und das erleben wir gerade und viele schauen nur von der Seitenlinie zu. Und Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin ermöglichen transparente, sichere und schnelle Transaktionen ohne die Notwendigkeit zentraler Institutionen, die in der Vergangenheit oft versagt haben. Und anstatt diese Innovation zu fürchten, sollten wir sie als Chance begreifen, die Fehler des alten Systems zu korrigieren und uns eine bessere Welt durch Bitcoin aufzubauen. Die Warnungen vor Bitcoin erscheinen dann also nicht nur als Ausdruck von Unsicherheit, sondern auch als Versuch, den dringenden, notwendigen Wandel aufzuhalten. Doch die Geschichte lehrt uns, dass Fortschritt sich nicht ewig aufhalten lässt. Die Welt verändert sich und die Menschen suchen nach Alternativen. Und anstatt diese Entwicklung zu fürchten, sollten wir sie begrüßen und aktiv mitgestalten. Nur so können wir sicherstellen, dass technologische Fortschritte zum Wohl aller eingesetzt werden und nicht nur einigen wenigen zugutekommen. Achte aber darauf, 91% aller Bitcoin befinden sich bereits bei reichen Menschen. Und in diesem Sinne ist die Warnung vor der Destabilisierung durch Bitcoin weniger ein Hinweis auf die Gefahren vor Kryptowährungen, sondern vielmehr ein Spiegelbild der Unsicherheit eines politischen Establishments, dass die Kontrolle zu verlieren droht. Doch anstatt krampfhaft an der Vergangenheit festzuhalten, sollten wir den Mut haben, neue Wege zu gehen und die Chancen der Zukunft zu ergreifen. Und Fakt ist auch eines, die Diskussion um Bitcoin und Kryptowährungen ist ein Spiegel unserer Zeit. Und sie zeigt die Spannungen zwischen alten Machtstrukturen und neuen Technologien, zwischen Kontrolle und Freiheit, zwischen Angst und Hoffnung. Es liegt im Grunde genommen an uns allen, ob wir uns von Ängsten leiten lassen oder die Chancen nutzen, die sich uns gerade bieten, beispielsweise mit Bitcoin. Und Kryptowährungen bzw. Bitcoin sind mehr als nur ein Finanzinstrument. Sie sind ein Symbol für den Wandel und die Möglichkeit, ein gerechteres und transparenteres System zu schaffen. Und während einige warnen und verteufeln, gestalten andere bereits aktiv die Zukunft. Es ist also die Zeit, sich dieser Bewegung anzuschließen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die allen zugutekommen. Wir wissen eines, die Welt steht vor großen Herausforderungen, aber auch vor großen Chancen. Und indem wir offen für Neues sind und bereit sind, alte Denkmuster zu hinterfragen, können wir eine bessere Zukunft für uns und kommende Generationen schaffen. Und eines ist auch hier Fakt. Und eines ist auch hier Fakt. Wir sollten nicht auf die Angstmacherei von einigen wenigen hereinfallen. Und wenn du dich für Kryptowährungen interessierst und dir durch Krypto finanzielle Freiheit aufbauen willst, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Schau dir das Video an, das ist nur noch für kurze Zeit so verfügbar. Ich wünsche dir einen schönen Tag.